hallo und herzlich willkommen bei minecraft skywars sagen ich wollte skywars sagen und bin runtergelaufen bei kors mit krisch nein ich hab seinen weiteren namen wie hieß du weiter krisch beere krisch beere arbeitet sklaven du kannst sterben ja flott hier mal zu sprechen habe ich gehört habe ich was du sagst du ich habe ein thema anzusprechen sagt es du habe ich nie gesagt aber du sagst du willst irgendwas anderes sprechen ja ich wollte nur sagen das moment mein feedback gut ist sicher ja klar wenn mir aktuell das feedback gefällt so alles klar ich hab gedacht ich sagte nicht dass ich was ansprechen will oder meinst du das mit dem ping nein andere sache ich wollte ja also du musst dir so vorstellen ihr müsst euch so vorstellen ich war gestern abend so warten waren es so null oder so junge flo ich brauche hilfe komm jetzt man da war niemand so du weißt doch gestern abend als sie noch so online waren da war da habe ich doch das video hochgeladen cool Prozent soll ich oder so sonst hat er schon einfach 30 aufrufe man wir es genau im moment voll von den aufrufen und likes ja das war das minecraft die ich glaube die eine minecraft folge hat 22 sechs oder war das diese oder war das youtube was live ich glaube aber das war die minecraft pvp folge und dann kurze betonung die folge war nicht mal in hd weil ich die falsch gerendert habe da muss ich einfach sagen nice nice feedback ja deswegen also ich bin mit meinem feedback auch ganz aktuell muss ich betonen bei mir ja ich bin mit meinem ganz eigentlich zufrieden und es ging jetzt so letzten vier bis fünf tage glaube ich war das da war mein feedback echt richtig gut ich finde ich sehr schön und ich frage mich gerade warum ist niemand im angriff komm mal in die mitte ich bin in der mitte und meinst du da oben ja ich kämpfe grad ich mit dir oder sie gegen ganzen truppe weil ich wollte mir eigentlich Achtung gut ich habe meine die rege leckte mich das ist das finde ich scheiße sagte zu hart umgeleckt und das hat er so grottig du kannst du meistens also wer wird es hatte ich vorhin ein hatte ich ein so der hat so richtig hart geleckt konnte es nichts machen du bist gelaufen so was passiert hat sie geschlagen er läuft sich durch und du kriegst dann irgendwann mit mit das hat so scheiße weil das ding hat dagegen aber nichts machen kannst so jetzt können wir uns ein gold ruppel brauchst du hilfe geht eigentlich ich baue mal hinter uns alter also ich bin jetzt mit also also kannst du kommen oder kannst du nicht kommt was was der hat eine gold rüstung kannst du dir machen es gibt gold blöcke auf der seite damit kannst du doch noch abfüllen machen nicht und es gibt keine äpfel echt du bist gut ich bin so krott g u h t ich war schon immer buchstabieren krott ich war gestern in einer stadt in also für dich zu schauen in einer stadt nun das war näher weil ich heute gestern neun stunden wir waren bei einer imbissbude wenn ich jetzt den namen nicht sage dann haben wir noch einen döner gegessen bei einer anderen imbissbude dann waren wir noch in mehreren elektronikläden das war doch schon schöne acht stunden dann haben wir in einem der elektronikladen da sind fernseher ausgestrahlt seit den fernseher was haben wir gemacht wir haben dort belgien des belgien spiel geguckt die drei ist das 30 war ein schönes spiel muss ich sagen ich brauch grad hinter uns ne mauer der ist weg ja mach ruhig wie viel feiler hat man ein paar 16 eigentlich gut dann können wir ihn nicht mehr so lange es bleiben und ich hab zwei herzen verloren da steht nur noch einer ja nice wir müssen vor eigentlich na da kommen ja ein paar trupps oder nicht ja unsere chance so jetzt sind wir wieder vorgerockt Flo warte jetzt müssen wir hier bau safe bau safe ich kann nicht safe jetzt kann ich hier public bauen Achtung einen hab ich noch einer kommt Vorsicht nicht auf die seite gehen hab ich auch so Achtung wieder da ist jemand das nein fail störe ich dich beim bohngschießen nein gut wenn du und das gute ist wir bekommen immer neue pfeile ja ja du hast dazu gebaut ja ok na ist jetzt natürlich hier drinnen als für die hier sind gerade drei für die leute drinnen jetzt kurz ein jab unser mage stürmt unser mage stürmt sehr ganzig wir müssen auch go 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 alle auf die seite lass mich abbauen ich hab die ja picke wie drei leute hier gerade an abbauen sind flo hilfe das ist schwer die alle aufzuhalten soll die jetzt noch rein gut wir wir beide kümmern uns drum ja ich baue hier wieder die barrikade auf pass auf die ist doch nicht clean die ist komisch und schon wieder haben sie unsere wochen scheiße warte flora kommt wieder welche leon geh mal weg wir bauen hier eine mauer warte kurz nice er ist weg er hat den wieder hingebaut alter really aber der wird nicht mehr erkannt ach gut warte ich lauf zurück pass auf ja wo bist du bleib du dort ich baue mich kurz zurück dann komm ich nein ich würde runter als der fest ja ist aber nicht schlimm wir haben noch genug dies hier jemand hat alles alle dias mitten in die base oder fast alle dias mitten in die base genommen wir haben so viele dias deswegen eigentlich glaube ich wäre es sogar schlau wenn du dich jetzt auch einmal töten lässt warum weil dann die kümmern wir uns neu angreifen nochmal so an wie eben ich kann einfach zurückkommen das geht natürlich auch du bist schlau das wäre ja viel zu einfach ich zieh schnell die jahres hier und geh hin kommst du? gut und jetzt will ich sogar verzaubern so leon mein ziel ist jetzt flamebogen alles klar ich bin bei deren eisen base probier einfach dafür zu sorgen dass die da nicht hin können wohin? zur eisen base ja das denkst du was ich hier mache ich hab 44 pfeile ich bewerf mich grad mit xp bottles also ich könnte wenn ich noch ein wenn ich ein zwei leute noch bekomme dann könnte ich dann könnte ich ein bisschen dinge sind dann könnte ich vielleicht stürmen gehen und den kurs abbauen ja den anderen halt ein eisen typie läuft jetzt gerade weg vom kurs ist nur noch ein ein leder equipter beim kurs okay zwei leder equipte und ein full eisen wieder doch nicht gar kein full eisen okay ich geh auch hin jetzt und tschüss ich hol wieder ab schärf ich hab schon schärfe 3 spät übrigens was denn? das ist immer zu gut ich equip mich grad halt ein bisschen es kommt ein full eisen zu mir nein ich werd mir jetzt mal den bogen machen noch ja ich werd's nicht schaffen oder? doch hui er ist ein jepel ja alter ich hab beide nice ich glaub der hackt dieses mädchen oder? ja die sieht wirklich übelst komisch aus von kämpfen her äh ja ich werd jetzt hier grad eingenommen oder? ok ich krieg ein bisschen support alter die ist komisch ja die stürm ich mann die haben mich zu warum war denn bei uns niemand mit dir ist hier ja daneben ist an der seite ist ne kiste mann die gut also erstmal brauche ich 14 level und danach brauche ich noch ein paar level dann hab ich schärfe 4 plus rückstoß 2 ich glaub dann bin ich op von schwert her oder? ja was hast du drauf dann? ich hab dann schärfe 4 ja und rückstoß 2 hm dann machst du leute one hit ne two hits das wirst du sie machen aber rückstoß mach ich mir nur drauf extra weh weil weh hier halt sky ja gut erstmal schärfe 4 ist und jetzt brauche ich noch 20 level scheiß rückstoß 2 noch drauf machen aber es gibt ja genug xp bottles jetzt verstehe ich wofür die xp bottles richtig sind weil das hier übelst krank was man machen kann ja gut mein 20 level sind äh ist das anders und günstiger? ne das kostet 24 gut mein schwert ist so p ich verzaube jetzt noch alles auf stufe 1 die rüstung und den bogen schutz 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 und mein bogen bekommt stärke genau warte kurz normales schärfe 1 der schwert liegt da noch drin weil ich das nicht brauche ne ich hab schärfe 1 rückstoß 1 ist aber auch in ordnung schärfe 1 rückstoß 1 ja meinst du ist aber auch nicht grad von schlechten älter mein schwert ja kommst du so also beim ersten covern wir ja auch sehr doll mit beteiligt weil wir haben halt geholfen ja dass die nicht kommen deswegen man kann uns jetzt nicht verwerfen ihr habt kein korb gebaut ihr seid schlecht ihr habt nichts gemacht doch 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 wir haben dafür gesorgt dass die nicht zum koa kommen oder koas so wenn ich jetzt untergeschossen wird was untergeschossen wird werde das ist sicher komm 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 du baust ab ne ich save ich save bau du ab ok ich baue hier noch ne mauer bin grad dabei abzubauen ich hab ihn gleich hälfte habe ich schon ah das ist unser teampartner der dort auf der ding stand wir haben gewonnen alter niemand hat sich getraut wir waren hier zwei full dies echt unser mate ist gekommen ich dachte oh jetzt dir gegen dir und dann war es unser partner also habt ihr da standen da zwei full die also ja ich und er alles klar dann würde ich sagen war es das mit der runde mega geil ja wir suchen wir sind das gutes team in dem spiel dann würde ich sagen haut rein lasst nen like da guckt bei leon vorbei und tschau 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 tschau